Ein moderner Alltag ist ohne fortschrittliche Reinigungs- und Desinfektionsverfahren unvorstellbar. Deshalb sähe die Welt ohne den Einsatz unserer Produkte so aus. Bohre Chemie AG – Advanced Cleaning Solutions Die Bohre Chemie AG ist ein technologisch führendes Unternehmen für professionelle Reinigungs- und Desinfektionsanwendungen in klinischen Einrichtungen, der Industrie und den Life Science Bereichen. Seit der Gründung 1965 entwickeln, produzieren und vertreiben wir anerkannte Markenprodukte und entwickeln Verfahren für höchste Ansprüche unter unserer Dachmarke Dekonex. Wir sind ein Familienunternehmen, das flexible Entscheidungen trifft und sie zuverlässig umsetzt. In unserem Hauptsitz in Zuchwil vereinen wir Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb unter einem Dach. Nur so können wir unseren höchsten Schweizer Qualitätsanforderungen gerecht werden. Seit unserer Gründung legen wir grossen Wert auf verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln und Nachhaltigkeit als Investition in unsere Zukunft. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln wir anhand ausführlicher Versuche einen maßgeschneiderten Reinigungsprozess. Mit uns als kompetenten Partner erhalten Sie ein Reinigungsverfahren, das optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt und dokumentiert ist. In der hauseigenen F&E-Abteilung entwickeln oder optimieren wir Produkte und Prozesse für die drei Bereiche Medical, Industry und Life Sciences. Unsere Mitarbeiter sind punkto Innovation und Motivation immer einen Schritt voraus. Unsere Produktion in Zuchwil ist optimal eingerichtet für die hohen qualitativen und quantitativen Anforderungen. Hier können wir Herstellung, Abfüllung, Etikettierung, Verpackung und Versand flexibel und termingerecht abwickeln. Selbstverständlich arbeiten wir nach ISO-Standards und unsere Herstellprozesse sind rückverfolgbar. Wir stehen für absolute Verlässlichkeit und höchste Qualität. Bohrer Chemie AG – Ihr kompetenter Partner für Reinigungs- und Desinfektionsverfahren. Bohrer – Advanced Cleaning Solutions – professionell, sicher, wirtschaftlich. Wollen Sie mehr wissen? Sehen Sie sich unsere Bereichsfilme an.